Einen wunderschönen Freitag wünsche ich euch meine Destiny-Freunde, die es nicht gerne werden möchten. Hier ist wieder euer DJ in Destiny 2. Xur befindet sich auf der ATZ in der gewonnenen Bucht. Er hat dabei diese Woche Kabal, Himmelsbrenner-Eid. Kennen wir alle, brauche gar nichts zu sagen. Zwillingsnah, Ausweichsorg für Desorientierung etc. Dann haben wir noch die Wanderfalken, Bonus-Scheinbar-Schulterangriff und die Fluchtkünstler für den Warlock. Wenn du deine Arcus-Granate benutzt, erhältst du eine Arcus-Scheele und wirst verstärkt. Die Stats sind hier 66, ist okay. 64, naja. 67 ist okay. Dann haben wir noch die alten Waffen. Und diese Woche die Falkenmond. Diesmal mit dem Perk Auge des Sturms. So, das war es in Destiny 2. Ich bedanke mich für das Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Euer DJ. Und bleibt gesund, ne? Und bleibt gesund, ne? Nicht so wie ich. Ja, ja. Und bleibt gesund, ne?